Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schwerin, wollen wir Mittagessen gehen? Ja, gerne, warum denn nicht? Hast du Tanto? Ja, komm. Dankeschön. Komm, die Arbeit ruft. Keine Meinung! Ihr kommt nicht so! Nein, nein, nein! Lass mich los! Okay, lass mich los! Das ist schön! Sieh mich doch mal los! Ich bin Eric, ich bin dein Ex-Freund. Ich gehöre zu dir, nicht dein duper jedes Sack-Freund. Und warum du? Ich bin deine Freundin schon vergessen, bis dieser komische Typ da kam. So, wir sind da. Ja, wo sind die? Hä? Ja, wo sind die? Weiß ich nicht, Maurice. Vielleicht sind die auch auf Toilette oder auf Essen. Ja, das kann sein. Lass mal warten. Wie lang denn noch? Mann, ich weiß noch nicht, Maurice. Wir warten schon 15 Minuten. Hast du es gehört? Ja. Warte, ich guck mal. Ist das das Handy von Jury? Ja. Oh. So, jetzt fangen wir an, okay? Er schreibt, ich verlange 10.000 Euro pro Person. Dann kriegt ihr eure Freundin wieder. Ich erwarte euch am Morgenplatz 14 um 16.15 Uhr bei mir. Scheiße! Hallo, Polizei. Ich bin Maurice Snickers und nehme mich die Chef-Ude. Ja, unsere Freundinnen wurden entführt. Einmal Emily und einmal Cherie. Ja, die verlangt 10.000 Euro für jede. Okay, sie kommt gleich. Ja, danke. Ach ja, wir sind in der Kalmarstraße 17. Sie kommt gleich? Okay, danke. Wie viele Treppen sind wir hier noch? Ah ja, auch nicht, es soll sich nur die zwei. Guten Tag. Hauptsammelsammel Flemming. Schneider. Hallo. 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 Wie heißt Ihre Freundinnen? Emily und Jiri. Okay. Wann habt ihr sie zuerst gesehen? Heute vor dem 8.00 Uhr. Wir sind sie zusammen zusammen zu arbeiten. Okay, und wo seid ihr dann hin gegangen? Wir sind zusammen zusammen auf Arbeit gegangen. Okay. Wie alt sind Ihre Freundinnen? Meine Freundin ist 23. Meine 24. Okay. Hat irgendjemand einen Tief für Ihre Freundin zu sein führen? Haben Sie irgendwelche Feinden? Vielleicht der Ex, aber ich habe davon nicht viel erzählt. Wissen Sie, wie der heißt? Nein. Okay, also Sie? Naja, ich weiß, dass ich mich ein bisschen freuen habe, aber das war dann auch alles. Haben Sie die Täter irgendwas geschickt oder irgendwelche Spurten oder was oder was oder was? Ja. Ja, ich habe eine Nachricht bekommen mit einem Bild von uns und beiden. Mit einem Rieser-Presence kriegen Sie? Ja, 10.000 Euro für eine, also zweimal 2.000 Euro, knapp 20.000 Euro verlangt, ja. Gut, das werden wir einfach mal mitnehmen. Ja. Das ist von hier unten. Ja. Okay. Wo saß wer? Also hier saß Emily und hier Jury. Okay. Und das ist jetzt von? Ähm, das ist von Schiff und das war. Okay, ich ordne mich auf der 5.000 Euro. Ähm, wer ist der auf dem Bild hier? Ähm, das ist Jury, das ist Jury. Nee. Ich sehe aber nicht. Das ist zu. Das ist zu. Komm, schnell. Scheiße, die Wolken. Au. Äh, da. Okay, der auf dem Rücken ist, das Vorlauf ist bestens geworden. Aufstehen! Komm zum Bisschen! Den Tätern besteht eine Strafe von 500 Sozialstunden im Alltagszeit auf der Toilette. Scheiße! Musik 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 Juri! Juri!